Boot fahren kann jeder. Und das bis 15 PS ohne Führerschein. Die Messe Boot Düsseldorf und der Bundesverband Wassersportwirtschaft laden Sie ein zu einer kostenlosen Probefahrt. Auf dem Hafenfest in Bergkamen. Am Wochenende 8. und 9. Juni, Samstag von 11 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.entdecke-wassersport.de Wir bringen Sie aufs Wasser!